Wir haben so eine abartige Kundschaft, der frisst wie der Sau. Ich kann kaum hinschauen, da wird mir direkt schlecht. Oh mein, Helmut, hab den nicht so, den schmeckt es halt einfach. Wir brauchen den Froskorn auch dran, mit Ausnahme vom Leberkäs. Noch nie in meinem Leben probiert und auch nicht vor. Du hast noch nie eine Leberkasse gehabt. Um Gottes Willen, um Gottes Willen, das müssen wir ganz schnell ändern. Bleib mal weg mit dem Zeug. Aber Helmut, das ist ein Stück bayerische Kultur. Nix da. Glaubst du mir, das tut dir gut. Ich glaube, du spinnst, dass wir noch Arterien verstopfen. Natürlich gibt es auch was Gesünderes. Dafür schmeckt es einfach himmlisch. Ja, wahrscheinlich. Der haltet der Teufel. Auf geht's, Helmut. Na. Du wirst das nicht bereihen. Na. Der ist geschmackig. Hör mal zu, Gerd. Wie lange möchtest du mir damit jetzt noch auf den Zeiger gehen? Gib das her. Ein bisschen. Dann mag ich dich halt nicht mehr sehen. Ist da Ketchup drauf? Ja, du weißt schon. Ein süßer Senf halt. So wie es sich das in Bayern gehört. Bis bald. So wie es ist der Linz? Dann bin. Oh. 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 Bis zum nächsten Mal.